Drei Fahrtsekunden. Wir befinden uns hier im Reis der Firma Volkswagen Partner in Finningendorf, sowie der Firma Gege-Technologie in Freiburg und Presstechnik Oliver Schlecht in Rottweil. Zwischen lassen wir vorne hier Rosenreich-Chef, gefolgt von David Wagner und Timo Bitzer. Und weiter dann mit Confuture und Armin Engelhardt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Von Confuture und Armin Engelhardt, vier Punkte, 56,53 Sekunden. Noch einmal Markus Kölz hier als Polizist Bar.